Sie arbeitet in einer Bar als Kellnerin und die Nachtarbeit sorgt dafür, dass sie immer diese starken Augenringe hat. Die möchte sie gerne wieder weg haben und die natürliche Art und Weise so wieder herstellen. Und deshalb die Augenringenbehandlung heute. Sie hat schon viele Videos von uns gesehen, auch die Behandlung sich erkundigt bei Freundinnen, die bei uns waren. Und diesmal traut sie sich selbst hier hin. Sie war schon mal bei uns als Begleitung und jetzt die Behandlung hier. Und ich denke, das sieht auch perfekt am Ende aus.